Hallo und herzlich willkommen zu einem nächsten Part von Dauntless. Ja, im heutigen Part wird es wie versprochen um Pistolenbilds gehen. Drei Stück an der Zahl, die ich mal zusammengestellt habe. Ich hoffe, sie kommen ganz gut an und sind auch ganz gut zusammengestellt. Ich habe mein bestes Versuch, sage ich mal, und habe sie auch alle drei getestet. Und alle drei sind wirklich absolut in Ordnung und absolut spielbar. Ja, fangen wir mal vorne an. Was habe ich gemacht? Also es geht um die neue Zelle Hartnäckigkeit. Die habe ich halt mit eingebaut. Wir haben hier einmal ein Full-Life-Bild mit hier Gesundheit mit drin. Also fangen wir mal oben an. Wir haben hier die ostische Repetierpistole. Wir haben Gerissenheit drin. Klar, sollten wir vielleicht einbauen. Zelle des Sprintens haben wir drin. Wir haben den Inferno-Lauf, der natürlich veränderbar ist. Das ist ein großer Vorteil an den ganzen Pistolenbilds. Ihr könnt euch einfach euer Lieblingsbild hier raussuchen, das abspeichern und dann dementsprechend immer die Läufe dann halt ändern, je nachdem gegen welche Behemoths oder welche Eskalation ihr läuft und so. Und das funktioniert dann schon ganz gut. Hochgeschwindigkeitskammer haben wir drin, Kapitänsgriff, glückliches Magazin und das Steinherz-Prisma. Ich sage mal, das ist veränderbar. Klar, das Steinherz-Prisma muss drin sein, aber Kapitänsgriff, glückliches Magazin und auch die Hochgeschwindigkeitskammer sind rein theoretisch veränderbar, je nachdem mit welchem Fokus ihr halt eben spielen wollt. Ja, dann, aber ich würde es in dem Fall so empfehlen, wie ich es gemacht habe. Dann haben wir hier die steinerne Sicht mit Zelle der Gesundheit mit drin. Kern des Eises habe ich dann mal hier reingenommen mit Festung mit drin, weil wir hier einfach eine Kraftzelle brauchen und es meines Erachtens im Moment im Spiel nichts Schönes gibt, was wir hier mit Kraftzelle bauen können. Dann haben wir hier auf den Händen Wutjäger drauf mit Zelle der Hartnäckigkeit. Hier könntet ihr auch wendige Wut nehmen, also einfach oder geschmolzen zum Beispiel. Ihr könnt euch ja das hier durchgucken. Hier zum Beispiel die Dornengreifer wäre auch möglich. Ich habe mich für Wutjäger entschieden. Kommt halt darauf an, ob ihr viel ausweicht, ja oder nein. Ob ihr so spielen wollt oder nicht. Und dann haben wir hier nochmal Gerissenheit mit Zelle des Raubtiers drin, also Trax Tücke mit Zelle des Raubtiers mit drin. Und dann haben wir hier unten noch Shrikes Eifer mit Katalysatorzelle. Könnte man auch eine Dreierleitung spielen oder ätherische Regulation, dass die Shrikes Eifer immer schnell voll ist. Ja, könnt ihr machen, wie ihr wollt. Also ihr merkt, es ist schon leicht umbaubar. Ihr kommt dann auf folgende Werte. Gerissenheit 6, Hartnäckigkeit 6, Widerstandsfähigkeit 6, Festung 3, Katalysator 3, Raubtier 3, Sprinter 3 und Wutjäger 3. Jo, ist absolut solide. Ihr seht noch drei Läufe von den drei Bilds am Ende des Videos in der Reihenfolge, so wie ich auch die Bilds hier euch vorstelle. Dann habe ich noch ein Bild gemacht, das dann ein Half-Life-Bild ist. Mir ist schon klar, Half-Life beißt sich ein bisschen mit Hartnäckigkeit, weil ihr bekommt dann nicht die vollen 20% oder 21% Schadensbonus mit 1100 Leben, sondern ihr bekommt nur 12%, was rede ich da, 22% und so bekommt ihr halt nur 12% Lebensbonus, wenn ihr mit 600 Leben, glaube ich, sind es dann reingeht. Stimmt das überhaupt, was ich da sage? Auf jeden Fall kriegt ihr weniger oder 500 Leben, keine Ahnung, 550 sind es, glaube ich. Auf jeden Fall bekommt ihr weniger Schaden dadurch, hier gut geschrieben. Allerdings habt ihr so den Vorteil, ihr könnt Disziplin direkt einbauen, habt also nochmal ein bisschen mehr Crit-Chance generell und habt auch die Möglichkeit, wilde Raserei oder sowas unterzubringen, also generell auch ein bisschen schneller zu sein. Nachteil ist natürlich, ihr seid wesentlich anfälliger, weil ihr nur das hälftige Leben habt und vom Schadensverlauf her ist es ungefähr gleich, kann man sagen. Also der Slot 7 hier zu 8, das ist ungefähr gleich. Für mich fühlt sich das hier halt ein bisschen geübt, also bin ich geübter, einfach mit ein bisschen mehr Schnelligkeit unterwegs zu sein. Hier mit wilde Raserei und Schweigseifer finde ich dann halt schon ganz nice. Ihr könntet sogar dann nochmal Leitung einbauen oder über die Gruppe Leitung bekommen und so. Dann ist das schon ganz geil und wie gesagt, habt auch ein bisschen mehr Crit. Es fühlt sich einfach lebendiger an, das Ganze. Nachteil bei den Pistolen ist natürlich ganz klar, dass wir hier oben keine Kraftzellen einbauen können, dass wir damit in einer Beweglichkeitszelle belegt sind, dass wir halt eben eine Technikzelle definitiv hier oben einbauen müssen und so müssen wir halt gucken, dass wir die Kraftzellen hier unten bekommen und das ist gar nicht mal so einfach, wenn man kein Half-Life-Bild spielt. Ja, für mich das beste Bild von allen dreien ist dieses hier. Ja, die ostischen Repetierpistolen auch wieder mit Zell der Gerissenheit, Zell des Sprintens. Jetzt habe ich hier den Zwilliglauf gewählt, warum, werdet ihr nachher sehen, aber das ist egal. Wie gesagt, Läufe sind ja veränderbar mit den gleichen Perks drin. Dann haben wir hier Hellplattenhelm mit Zelle des Raubtiers, Drax Schatten mit Zell des Raubtiers, Knärschergreifer mit Hartnäckigkeit und dann nochmal die Knärschertreter mit Zell der Hartnäckigkeit, Schweigseifer, dann nochmal mit Katalysatorzelle. Kommt ihr auf folgende Werte, 6er Gerissenheit, 6er Raubtier, 6er Hartnäckigkeit, 6er Wutjäger, 3er Katalysator, 3er Sprinter und 3er Widerstandsfähigkeit. Also ihr habt schönen Schaden hier über die Widerstandsfähigkeitserhöhung. Ihr habt Raubtier und Wutjäger noch mit drin, Gerissenheit voll drin und habt auch Hartnäckigkeit drin. Wenn ihr das Ganze dann durchzieht, eine Gruppe habt. Ich habe jetzt die Videos, die ihr gleich seht, sind mit einer Gruppe. Die haben es kaum geschafft, mal einen BMOV mal hinzulegen. Ich habe immer mit Randoms gespielt. Wenn die es natürlich schaffen, einen BMOV auch mal hinzulegen und man kann sich so schön sein Schild aufbauen oder das Monster gut unter Kontrolle halten, dann ist das wirklich ein sehr, sehr starkes Bild. Kann man auf jeden Fall so spielen. Was natürlich irgendwie auch Bock macht, ist, dass man auch ein bisschen in die Versuchung reinkommt, sage ich mal, nicht getroffen zu werden. Also ist was anderes, als immer mit Eis geboren zu spielen. Und so will man sich absolut die Hartnäckigkeit hier aufbauen und halt die erhöhte kritische Trefferchance und macht auf jeden Fall Spaß das Bild. Ich schätze die drei Bilds wirklich als sehr, sehr gut ein. Und vor allem das letzte hier ist schon richtig nice. Ich hoffe, ihr habt Spaß damit. Und jetzt sehen wir uns noch die Runs an. Hier sind wir dann auf der ersten Jagd. Jetzt muss ich mich gerade noch mal kurz orientieren. Ja, ist das Bild Nummer eins, das ich euch vorgestellt hatte. Ihr seht es ja oben am Leben. Also Full-Life-Bild. Das hier ist gegen Frostback-Panga natürlich mit dem Feueraufsatz. Und ihr seht das halt, wie man sich wunderschön, sage ich mal, ein Schild aufbauen kann. Das ist schon mal Vorteil Nummer eins. Natürlich geht es vielleicht mit den Pistolen nicht ganz so schnell, wie vielleicht mit anderen Waffen, sich den Schild aufzubauen. Ja, bei den Pistolen, sage ich mal, habe ich ja, glaube ich, eben schon erwähnt, ist es vielleicht am sinnvollsten, wenn sich irgendwann die Zellen da mal ändern oder vielleicht neue Rüstungen reinkommen. Ich denke, da können wir da richtig viel machen. Aber ihr habt es vielleicht jetzt schon gesehen, wenn das so durchkrittet, dann macht man da schon gehörigen Schaden. Ich glaube, das waren jetzt drei Schüsse hintereinander, die weit über 1000 Schaden gemacht haben. Das ist schon richtig geil gewesen. Jetzt seht ihr das auch vom Schildaufbau, hat das halbwegs geklappt. Es war ein halbwegs sauberer Rand von mir. Ist natürlich immer schwierig, wenn man da Leute dabei hat, die einfach das BMO nie auf den Boden legen. Was haben wir da im Schild jetzt? 1200 oder sowas. Auch dieses Bild ist sehr, sehr gut spielbar, jetzt in der Eskalation zum Beispiel. Weil man natürlich jetzt kein Eisgebohren drin hat, braucht man ja nicht mehr durch diese Oma Stregers Elixier oder wie es heißt. Keine Ahnung, dieser Skill. Ich habe es euch ja gezeigt. Also die Eisbohren-Skillung praktisch aus den Talentbäumen, die man sich jetzt da mitnehmen kann. Da habe ich einen blöden Hit kassiert. Ziemlich unnötig, sage ich mal. Ja, und ja, trotzdem denke ich mal, lief das ganz gut. Man sieht wunderschön, wie es klappt. Und das meine ich, wenn dann das BMO mal ein bisschen beschäftigt ist und man kann da schön sich Schild aufbauen, Schaden fahren und so, dann ist es umso geiler. Es war manchmal echt kein Geschenk, sage ich mal, mit Randoms zu spielen und so, um dann ein schön geeignetes Video zusammen zu bekommen. Da habe ich doch mal einen Hit abbekommen oder so irgendwas. Ihr seht es jetzt, 30% zusätzliche kritische Trefferchance. Und dann zerlegt man halt hier einen BMO schon ordentlich. Und jetzt stellt euch vor, man hat da eine richtig super Truppe dabei und dann klappt das natürlich umso besser. Hier der zweite Run, das ist jetzt das Half-Life-Bild. Genau, 550 Leben. Wir haben natürlich den Nachteil, dass wir hier direkt schon mal 20% weniger Schaden eigentlich machen. Durch Wut dann allerdings wieder 25% mehr Schaden. Ja, es gibt sich halt nicht viel. Wir haben aber die Möglichkeit, hier wendige Wut einzubauen, Quatsch, wilde Raserei einzubauen und somit halt ein bisschen schneller zu werden. Hier der Start war nicht so geil. Ich glaube, der ganze Run war jetzt nicht mega. Aber trotzdem sieht man auch schön, wie es läuft. Hier habe ich natürlich den Frostaufsatz dann drauf. Nachteil an dem Bild, man sieht es auch hier, die Crits sind, glaube ich, leicht geringer. Also man sieht, der Schaden ist Pi mal Daumen, ist er gleich. Es ist nur ein bisschen schneller, das Bild. Das ist der Vorteil. Nachteil ist, man hat halt gefühlte 1000 Schaden, äh, 1000 Leben weniger. Das ist natürlich schon ein Nachteil, der sich gewaschen hat. Und es kommen öfter Crits, weil man natürlich Disziplin mit am Start hat. Das ist so Vor- und Nachteil des Ganzen. Also ein bisschen schneller, ein paar mehr Crits durch Disziplin und halt, ähm, also wenn man gleich sauber spielt, sage ich mal, und halt noch die, äh, wilde Raserei. Das ist so, ja, das Ding. Also auch ein wirklich schönes Bild. Man sieht es ja hier auch. Lief eigentlich auch ganz gut, weil jetzt ein B-Mov, das gar nicht zu unterbrechen ist. Aber ich habe echt gemerkt, Random-Läufe, gerade so kleine Monster, da habe ich gedacht, oh, komme ich schon mal welche mit. Die können die Monster da beschäftigen. Ja, das sind die Leute, aber selbst noch am Anfang wissen gar nicht, wie man unterbricht oder sowas. Äh, was mache ich da? Ja, warum schieße ich nicht einfach die Kugel ab? Egal, durchrutschen ist auch schön. Ja, und das hätte ich kommen sehen müssen. Aber auch hier nochmal, 1400 Schild, absolut geil. Jetzt gerade in, äh, äh, in Eskalation oder sowas, wenn man dann noch, was weiß ich, Crit-Fähigkeiten, generell noch mit einer höheren Crit-Chance losläuft. Also es kann sogar sein, dass ich da auch mal Eskalations-Videos dazu mache, zu diesen ganzen Hartnäckigkeits-Bilds hier. Mal gucken. Weiß ich noch nicht genau, wie ich es mache. Wird vielleicht im Stream mal folgen. Ich weiß es noch nicht genau. Hier, das wird schön krachen, ja, und hat auch schön gekracht. Das ist schon heftig, wenn man dann die Hochgeschwindigkeitskammer durchs Monster durchjagen kann. Ja, hier, glaube ich, nicht schön ermächtigt. Lege ich den Speed-Buff immer. Keine Ahnung. Also es ist kein richtig sauberes Gameplay, aber hier auch 2000 Schild, also 40% zusätzliche kritische Treffer-Chance, das ist schon ganz nice. Macht schon richtig Bock, haut ordentlich rein. Es ist kein Meta-Bild oder es ist nichts für Meta hier. Leider Gottes. Aber es ist schon ganz witzig, ganz nice und man lernt einfach auch ein bisschen ordentlich zu spielen. Ja, und hier haben wir dann für mich das stärkste Bild. Das ist eine Hero Plus-Patrouille. Da habe ich dann einfach die Nerven verloren und habe gedacht, ich habe keinen Bock mehr auf den kleinen Mist. Da habe ich Hero Plus gemacht und man sieht natürlich, ich mache da natürlich deutlich weniger Schaden durch die Erhöhung der BMOV oder der Resistenzen, sage ich mal. Jo, habe ich jetzt einfach mal das hier rausgeschnitten, wollte ich jetzt nicht noch mal den ganzen Kampf zeigen. Trotzdem finde ich, das hier ist das beste Bild. Man kann sich ja ab und an diesen Angriffsgeschwindigkeitsdrang dann mal gönnen, an Shrikes Eifer denken. Das ist jetzt mein Problem hier, dass der ganze Kram halt ausgelaufen ist, weil ich da so eingeschlossen war. Trotzdem sieht man auch schön, dass die Schadenszahlen schon ordentlich sind und auch die Rüstung oder den Schild, den ich mal wieder aufbaue und hier, wenn es dann krittet, ist es halt schon heftig. Dann ballert man da schon ordentlich rein und jetzt auch noch mal das gleiche Thema. Hier liegt noch mal einer am Boden. Normalerweise wäre noch einer mehr mit am Start, der auch dann vielleicht öfter betäuben kann und so. Ich finde, immer mit drei Leuten ist es mit am unangenehmsten, gegen BMOV zu kämpfen. Ist vielleicht auch nur so ein Gefühl vor mir. Ja, und da seht ihr, das haben wir das Ganze auch noch schön im Griff. Auch noch mal 1500 Schaden. Doof natürlich hier. Das ist auch ein bisschen Vor- und Nachteil der Builds. Wollte ich jetzt, deswegen habe ich den Run auch mal drin gelassen. Hier sieht man natürlich jetzt, ich bin ein bisschen gehemmt, den aufzuheben, weil natürlich dann mein Schild vielleicht weggeht. Das ist so Nachteil Nummer 1. Und ein Nachteil Nummer, oder ein Vor- und Nachteil, wird man gleich sehen, warum ich den Lebensraubdrang da mitgenommen habe. Wenn man dann natürlich mal gehittet wird oder sowas, dann kann man sich auch gleich mal den Lebensraubdrang geben. Da hält man gerade die Gruppe mit und hält sich auch selbst wieder hoch durch Schild, durch den Schaden, den man bekommt. Hier sieht man das jetzt. Hier werde ich jetzt absichtlich paar Mal getroffen. So, bin da schön down. Jetzt haue ich mir den Lebensraubdrang rein und wollte das dann halt einfach mal so zeigen, wie das dann so läuft. Ja, und da gehe ich halt wieder ran, lade mich da wieder auf. Wenn ich normalen Schaden mache, hier seht das. Ich heile auch schön die Gruppe mit hoch und dann kann man so den Monster auch wieder geben. Schildaufbau ist auch wieder am Start. Ich denke, jetzt dürfte auch bald ein Knock kommen. Auf dem habe ich bestimmt hier spekuliert. Ja, genau. Ihr merkt es ja, ich denke immer noch so wie im Video. Ja, obwohl ich es hier nachkommentiere. Ich hätte jetzt auch auf den Knock spekuliert und bin dran geblieben. Aber es dauert einfach lang, bis wir den dann knocken. Keine Ahnung, was da los ist. Ja, gut gedotscht eigentlich. So, und jetzt dürfte die ganze Sache eigentlich gleich beendet sein. Genau, und jetzt kann man halt auch nochmal ordentlich geben. Warum habe ich kein Schild mehr? Irgendeinen Quatsch habe ich gemacht. Ja, also seht ihr, man muss es schon halbwegs sauber spielen. Man muss vielleicht auch mit den Pistolen gut geübt sein. Man kann drüber nachdenken, wenn die gewuht sich einzubauen, wenn man da schön dotscht und so, um auch wieder Geschwindigkeit aufzubauen. Aber ansonsten würde ich euch die drei Builds wie besprochen empfehlen. Die hauen schon ordentlich rein. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit den Builds. Wenn ihr andere Ideen habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein. Bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss.